In diesem Tutorial werden wir klären, was die Begriffe mittlere und momentane Änderungsrate bedeuten, beziehungsweise welchen Zusammenhang dazwischen gibt. Für den Anfang wollen wir natürlich klären, was dieser Begriff Änderungsrate für ein Schaubild bedeutet. Dafür nehmen wir diese Kurve hier, f von x, und wenn wir die Änderungsrate betrachten wollen, dann betrachten wir die Steigung dieser Funktion. Von links nach rechts gesehen, könnt ihr wahrscheinlich gut erkennen, dass die Steigung dieser Funktion überall positiv ist, weil die Kurve ständig zunimmt. Vereinfacht gesehen, wenn man jetzt die Steigung dieser Kurve an einer bestimmten Stelle oder in einem bestimmten Punkt schätzen möchte, dann muss man folgendes machen. Wir nehmen zum Beispiel jetzt auf der linken Seite unser Koordinatenursprung. Hier bezeichnen wir mit O. Um die Steigung diesem Punkt näherungsweise schätzen zu können, legen wir eine sogenannte Tangente. Eine Tangente ist eine Gerade, die die Kurve an einer Stelle berührt. Die Steigung dieser Tangente ist dann genau die Steigung der Funktion f in diesem Punkt, also im Koordinatenursprung. Nur mal zur Erinnerung, ihr habt bereits in der 8. und 9. Klasse gelernt, wie man die Steigung einer Geraden bestimmt, und zwar über einen sogenannten Steigungstraeck. Auch hier könnte man näherungsweise mit dieser Taktik die Steigung dieser Tangente bestimmen. Auf ähnliche Weise könnte man auch in anderen Punkten an diesem Schaubild, zum Beispiel hier im Punkt P, erneut eine Tangente anlegen und auch über diesen Steigungstraeck ihre Steigung schätzen. Und zum Beispiel auch hier im Punkt Q genau die gleiche Taktik. Vereinfacht können wir also behaupten oder schlussfolgern, dass die Änderungsrate einer Funktion ihrer Steigung entspricht. An dieser Stelle noch eine kleine Bemerkung. Diese Steigung an einem bestimmten Punkt entspricht eigentlich der momentanen oder lokalen Änderungsrate. Dazu aber ein bisschen mehr in ein paar Minuten. Da wir jetzt wissen, dass die Änderungsrate einer Funktion ihrer Steigung entspricht, wollen wir uns an dieser Stelle noch den Unterschied zwischen der mittleren und der momentanen Änderungsrate anschauen. Für den Anfang fangen wir mit der mittleren oder durchschnittlichen Änderungsrate an, weil sie ein bisschen einfacher zu verstehen ist und die Reihenfolge auch durchaus Sinn macht. Dafür schauen wir das Schaubild von vorher an und an diesem Schaubild wählen wir zwei Punkte, Punkt P und Punkt Q. So wie vorher bereits besprochen, besitzt die Funktion f zwischen dieser zwei Punkte nahezu unendlich viele Steigungswerte. Also wir könnten überall hier an dieser Kurve zwischen dieser Punkte P und Q Tangenten anlegen und verschiedene Steigungswerte bestimmen. Allerdings wollen wir jetzt nicht diese verschiedenen Steigungswerte betrachten, sondern wir ziehen durch diese zwei Punkte eine Geraden. Übrigens eine Gerade, die eine Kurve in zwei Punkte schneidet, nennt man Sekante. Und diese Gerade hat natürlich in diesem Bereich eine gleichbleibende oder konstante Steigung. Und die Steigung dieser Geraden könnte man auch als mittlerer Wert für die Steigung der Kurve in diesem Bereich ansehen. Oder anders formuliert, wenn wir die Steigung dieser Geraden bestimmen, dann haben wir gleichzeitig die mittlere oder durchschnittliche Änderungsrate zwischen den beiden Punkten P und Q. Und wie bereits vor ein, zwei Minuten besprochen, kann man die Steigung einer Geraden über einen sogenannten Steigungsdreieck bestimmen. Vielleicht habt ihr das noch aus der 98. Klasse in Erinnerung. Bei dem Steigungsdreieck bezeichnet man diese Kantenlänge mit Delta X und das hier mit Delta Y. Und die Steigung kriegt man raus, indem man einfach Delta Y durch Delta X berechnet. Diese Formel heißt in Wirklichkeit Differenzinquotient. Und dieser Differenzinquotient können wir jetzt nutzen, um diese mittlere Änderungsrate zu bestimmen. Dafür möchte ich euch bitten, kurz auf unser Schaubild zu schauen. Und zwar, die allgemeine X-Koordinate vom Punkt P kann man auch als X1 bezeichnen. Entsprechend heißt dann die passende Y-Koordinate entweder Y1 oder F von X1. So ähnlich auf J.Q. Die allgemeine X-Koordinate lautet X2 und die Y-Koordinate lautet entweder Y2 oder F von X2. Und jetzt zurück zu unserer Formel. Da steht Delta Y durch Delta X. Delta ist die griechische Buchstabe D und steht für das Wort Differenz. Also, übersetzt heißt dann die Formel, die Differenz der Y-Werte geteilt durch die Differenz der X-Werte. Und das können wir natürlich auch kurz hier hinschreiben. Also, ist gleich. Die Differenz der Y-Werte bedeutet F von X2 minus F von X1. Also, F von X2 minus F von X1. Und die Differenz der X-Werte bedeutet einfach X2 minus X1. Das ist unser Delta X. Also, das Ganze geteilt durch X2 minus X1. Und das Ganze, wenn man möchte, kann man auch ein bisschen vereinfachter hinschreiben als Y2 minus Y1 geteilt durch X2 minus X1. So kennen die Formel die meisten von euch wahrscheinlich aus der 8. 9. Klasse. Soviel vorher zu der mittleren Änderungsrate. Als nächstes gehen wir natürlich zu der momentanen oder lokalen Änderungsrate. Diese momentane Änderungsrate kann man übrigens auch noch als Ableitung bezeichnen. Kleine Vorwarnung an dieser Stelle für den Fall, dass ihr gerade mit dem Thema Differenzialrechnung angefangen habt. Dieser Begriff Ableitung werdet ihr in der nächsten Zeit sehr, sehr oft hören. Also, wir betrachten wieder unser Schaubild. Und wie bereits am Anfang dieses Videos gesagt, wenn man die momentane oder lokale Änderungsrate sucht, dann sucht man die Steigung in einem bestimmten Punkt und diese Steigung kann man näherungsweise rausbekommen mit der Steigung der Tangenten in diesem Punkt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man die Formel für die mittleren Änderungsrate auf der linken Seite benutzen, um näherungsweise die momentane Änderungsrate zu bestimmen. Na ja, ganz einfach. Man wählt auf dieser Kurve rechts einen weiteren Punkt Q. Und gedanklich fängt man an, diesen Punkt Q jetzt nach links zu verschieben, dass es fast über Punkt P liegt. An der Stelle kann man dann behaupten, dass man näherungsweise aus der mittleren Änderungsrate die momentane Änderungsrate macht. Und bevor wir jetzt gleich wieder diese Differenzinkotient, also diese Formel grundsätzlich anwenden werden, werde ich auch hier erstmal die allgemeinen Koordinatenpunkte P und Q andeuten. Also, für Punkt P wählen wir als allgemeine X-Koordinate diesmal X0. Entsprechend lautet dann die passende Y-Koordinate F von X0. So, wir haben jetzt bereits gesagt, dass Punkt Q gedanklich sehr nah bei Punkt P liegt. Das bedeutet, es gibt noch einen gewissen Abstand zwischen diesen beiden Punkten auf der X-Achse. Allerdings ist das ein sehr kleiner Abstand. Und diesen sehr kleinen Abstand bezeichne ich jetzt einfach mit den Buchstaben H. Also, nochmal klar und deutlich hier angedeutet, dieser Buchstabe H ist fast 0. Wenn euch das irgendwie hilft, könnt ihr euch dafür gedanklich auch 0,001 vorstellen. Und das bedeutet für uns, die allgemeine X-Koordinate von Punkt Q können wir auch als X0 plus diese kleine Zahl bestiften, also X0 plus H. Entsprechend die passende Y-Koordinate lautet dann allgemein F von X0 plus H. Und auf die gleiche Weise wie vorher benutzen wir jetzt wieder diese Differenzenquotient mit dieser X- und Y-Koordinaten. Entsprechend wäre dann Delta Y nichts anderes als F von X0 plus H, das ist die obere Y-Koordinate, also F von X0 plus H, minus die untere, also minus F von X0. Und Delta X wäre in diesem Fall einfach X0 plus H, das ist die hintere X-Koordinate, minus X0. Wenn ihr jetzt den Nenner anschaut, dann solltet ihr die gute Nachricht erkennen, und zwar plus X0 und minus X0 kürze ich natürlich weg. Und was aus dem Ganzen übrig bleibt, ist dann F von X0 plus H minus F von X0 und das Ganze durch H. Eine wichtige Bemerkung noch an dieser Stelle. Diese Formel, die wir uns jetzt zusammengereiht haben, entspricht nicht der tatsächlichen momentanen Änderungsrate, sondern es ist nur ein Näherungswert dafür. Der Grund dafür ist ganz einfach. Dieses H existiert noch, dieser Abstand zwischen den beiden Punkten ist noch vorhanden. Um die tatsächliche momentane Änderungsrate rauszubekommen, muss man dieses H sozusagen gegen 0 laufen lassen. Das schreibt man üblicherweise wie folgt. Man sagt, F' von X0, das bedeutet die erste Ableitung an der Stelle X0, ist gleich Limes oder Grenzwert für H gegen 0 von diesen Differenzenquatienten. Noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Und zwar am Ende dieses Videos im Abspann findet ihr auch Tutorials, in denen ihr sehen könnt, wie man diese beide Formeln links und rechts tatsächlich anwenden kann. Nach diesem Haufen theoretischen Zeug habe ich mir gedacht, es macht durchaus Sinn, wenn wir das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Also, die mittlere Änderungsrate oder auch durchschnittliche Änderungsrate genannt, ist immer die Steigung eines Sekunden und die kann man mit Hilfe dieser Formel bestimmen. Die momentane Änderungsrate oder die Ableitung, auch lokale Änderungsrate genannt, entspricht immer der Steigung einer Tangente an der Kurve und kann mit dieser Formel bestimmt werden. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In diesem Zusammenhang könnt ihr euch noch andere Sachen interessieren, wie zum Beispiel Anwendungsbeispiele für die mittlere Änderungsrate oder Anwendungsbeispiele für die momentane Änderungsrate. In erster Reihe mit dem, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, also die H-Methode. Aber es gibt noch eine alternative Formel, die sogenannte X-Methode. Und wenn ihr neugierig seid, auch der Unterschied zwischen H-Methode und X-Methode. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr jetzt gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Bis zum Schluss. Vielen Dank.